mich traurig machen willkommen zurück zu einer neuen folge vorne wolfenstein 2 soja dieser die wird noch mal abgespielt ich habe ein wenig rumgemacht ich habe wenig gearbeitet ich habe mir die ganzen sachen ist noch mal eingeschaut ich ja ich habe die spielzeug spielzeuge alle mitgenommen ich habe die ganzen kommandanten gekillt ich habe im großen und ganzen die ganzen sammel objekte mir mal rein gezogen die noch da waren auf der hammer faust gibt es noch ein paar die wir noch mitnehmen müssen die können wir wohl scheinbar erst ganz am schluss holen schallplatten habe ich alle spielzeuge habe ich alle und eine todeskarte fehlt noch den kommandant ist wahrscheinlich der mit dem fragezeichen den müssen wir uns irgendwann noch holen gold fehlen noch zwei stück concept arzt fehlen noch ein paar und lesbares habe ich auch noch einiges mitgenommen waren auch ein paar schöne sachen dabei wie gesagt hier habe ich jetzt alles mal eingesackt was da noch um flog wir haben waffen upgrades acht stück insgesamt und ich gucke mal gerade ich will vielleicht erst mal die sinnvollen verbauen aber es kann wohl ich glaube wahrscheinlich haben wir jetzt auch genug um alles aufzurüsten gehe ich mal von aus die kampfpistole dann packe ich da mal ein bisschen was rein die rakete ist wohl ganz witzig handgranate warten wir da haben wir jetzt eins wie viel haben wir denn noch eins zwei vier fünf acht sieben verbesserungen okay eine fehlt wo noch wahrscheinlich kriegen wir die ja im letzten gebiet aber gut dann können wir auch wir können es auch wieder rausnehmen sehe ich gerade interessant dann packen wir das halt quasi erstmal alles rein was wir noch haben hier noch den querschläger so jetzt fehlt noch für die magnum also dieses letzte für die pistole ich denke mal das kriegen wir im letzten gebiet ja ich glaube so langsam nähern wir uns dann doch mal dem ende aber wir haben ja noch missionen wie ich festgestellt habe ach ja ich habe auch während der scheinbar kann ich dich nicht glücklich machen während dieser missionen mit den kommandanten ja ja mache ich ja gleich während der mission mit den kommandanten während der mission mit den kommandanten habe ich halt auch die anderen beiden fehlenden teile gefunden die wir am anfang noch oder das heißt in der mitte hätten auswählen können also diesen donnerhammer und die stelzen die gab es im laufe der mission weil wir die halt brauchen um die um bestimmte kommandanten zu erledigen nachher oder halt weiter zu kommen in dem level das heißt wir haben jetzt alle drei upgrades bleiben sie auf der plattform so und ich denke wir die man kriegen wir noch weitere upgrades hier freigeschaltet schätze ich mal ich soll für grace die ladebucht beim moonpool aufräumen seit dem ausmerzer angriff herrscht da das reinste chaos aber alle eingänge sind durch trömer blockiert also komme ich da nicht mal rein kommen sie mit und räumen sie die eingänge frei ich will grace nicht enttäuschen der ganze tag läuft scheiße sie haben doch durch ihre donnerfäuste mehr wumms also können sie doch bestimmt einen weg durch diese trümmer finden okay dann versuchen wir das doch mal okay alles klar so kaputt dann könnten wir so noch ein bisschen zeug mitnehmen hier klirr da auch noch ja ja das kriegen wir hin so hauen wir das ganze zeug mal noch durch die gegend das kann man noch weg sehr gut jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich hier ordnung reinbringe danke für ihre hilfe captain mache ich doch gerne ob grace mich hier wohl eine sauna bauen sauna wäre cool muss ich ja mal sagen worüber denken sie nach darüber ob sie ziellos umherlaufen soll äh ja genau so aufgemotzt kampfmordverbesserung jetzt haben wir die donnerfäuste freigeschaltet das ist schön gab noch eine errungenschaft dafür ähm was bringt das denn ist das hier irgendwo ja die ab und hat die haben wir ach ne die waren hier bei den kampfmords genau eiserne lunge das müssen wir auch noch irgendwie machen schätze ich rüstung regeneriert sich das ist gut das ist echt sehr gut das haben wir da die nimmt jetzt einfach durch schaden das ist auch ziemlich cool müssen wir halt mal gucken wo wir die mission noch kriegen ist hier irgendwas interessantes scheinbar nicht na dann mal wieder ab nach oben juhu haben wir eigentlich noch kommen wir dann fischers notiz oscar ich werde ihnen meine lösung des problems mit den amerikanischen terroristen verraten natürlich ist es höchst unwahrscheinlich dass es überhaupt so weit kommt aber dennoch müssen brauchen wir einen notfallplan falls der terrorist angreifen sollte wenn das von ihnen beschriebene szenario eintreten sollte brauchen wir zugriff auf vorräte munition funkausrüstung mit dem generalstab kontakt aufzunehmen aus diesem grund habe ich mit axel gesprochen er befiehlt sektion f sie müssen jetzt vorbereitungen treffen damit dieser bereich für unseren notfallplan genutzt werden kann wenn sie damit fertig sind erwarte ich dass sie die männer in einer besprechung informieren damit alle wissen was zu tun ist mein kanzler großkommandant fischer ja meine güte ist ja noch jede mingelzeug ich glaube das werde ich tatsächlich jetzt mal kurz durch scrollen die welt verurteilt den mord an generalstrasse her das haben wir ja erledigt der ringers notiz kommen die denn alle her sag mal rief eine soldaten das ist halt doch ein bisschen viel auf einmal wie gesagt wenn ihr es lesen wollt kurz auf pause drücken so frank als postkarte von franka potente vielleicht man weiß es ja nicht ups sorry ähm ist hier sonst noch irgendwas interessantes jaja krankenstation erst mal nicht jaja ah ist jetzt notiz ähm das haben wir doch schon gelesen oder vielleicht sollten sie dort suchen oder ich hab's halt eventuell äh in irgendeinem let's play gesehen ich schaue wie gesagt parallel noch grad zwei drei let's plays zu dem spiel ähm die beiden sind ja durch ja ja ich weiß ich soll white finden so können wir hier eigentlich nochmal muni auffüllen obwohl sie waren zwar auf einem anderen planeten aber waren sie im sommer schon mal in schweden wajit ist weg vielleicht weiß holten ja was der ist immer er ich hab gestern mit wajit gesprochen er war sehr traurig mehr weiß ich nicht leider ja ja ähm so dann ach warte mal ich geh nochmal hier durch es kann sein dass ich hier drin nämlich noch ein waffen dings übersehen habe ja ok gut dann haben wir tatsächlich alle waffen voll aufrüsten ja ja ich weiß ganz böse nazis und so das ist ja das in unter 18 sekunden zu schaffen ist glaube ich nicht wirklich machbar stimmt ich kann die auch verunahmen mittlerweile ach so da gäbe es noch heilung dafür gibt es noch punkte und die strafe drauf aber gut passt was gibt es neues ähm erstmal eine neue verbesserung so zack bitte dankeschön damit hätten wir alle waffen freigeschaltet also alle verbesserungen freigeschaltet sehr gut dann würde ich gerne mal noch wissen wer mir die anderen missionen noch geben kann es geht um leben und tod sie müssen mir helfen man du zum beispiel ich habe eine inventur im munitionslager durchgeführt als diese verdammte riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat die war so groß wie ein hund sowas habe ich noch nie gesehen würde sie jetzt nicht in der kiste in der falle sitzen weiß ich nicht was passiert wäre sie müssen ins munitionslager gehen und sie erledigen man lassen sie sich nicht beißen von dem mistfee kriegen sie ganz bestimmt tetanus und was weiß ich nicht alles ok gut dann munitionslager alles klar ähm wie komme ich da hin achso genau hier und dann da hoch so rüstung oder muss ich hier irgendwo durch hm warte ah versteck dich nur ist ja nicht deine schuld dass du eine ratte bist alles klar verdammt sie haben echt eier danke jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine angst haben dass mir das biest die augen ausnagt mhm ok das war wohl dann aber keine mission um hier was freizuschalten ähm ja gut wight ist halt nicht zu hause ist glaube ich immer noch das gleiche oder ja die stimme hat zu ihm gesprochen das frage ich mich auch wo ist denn eigentlich max ja jetzt haben wir auch hier alles an spielzeug rumstehen glücklicherweise ich warte mal kann ich mit max eigentlich reden kann ich dem bescheid sagen ich habe gehört sie suchen riot ja habe ihn leider nicht gesehen schätzchen sprechen sie mit horten danke dass sie so nett waren mr blazkowitsch jetzt hat max mehr als genug spielzeug er sieht vielleicht nicht glücklicher aus aber er ist es definitiv das sehe ich genau das war ja sinn der sache sie waren also lehrer ja geschichtslehrer zuletzt habe ich gesehen wie der jazty wight was erzählt hat der von hortens leuten die kinder in amerika schlagen mhm ich weiß nur noch dass wight gestern in der messe einen imaginären freund mit pärse gefüttert hat ja ja gut das hatten wir auch max haas mhm sehe ich auch so naja das hat irgendjemand zerlegt haben sie wild gefunden noch nicht ich will aber erstmal noch die genau anderen missionen machen äh so hacker central war nichts mehr hier war ja nichts mehr ähm haben wir im hangar vielleicht noch einen auftrag oder irgendwas ich weiß nichts besonderes gemacht Okidoki. Bist du nicht im letzten Teil gestorben? Ach nie, ich glaube die ist nur bei der Storyline von Fergus gestorben, wenn wir den gerettet hätten. Hm. Na gut. Hm. Hm. Servus. Hallo Felix. Porten hat den höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Und normalerweise schwärmt er von niemandem. Das ist ja schön. Ähm, ist eigentlich der Krankenstation. Ich hab Wilde nicht gesehen, Signore. Die Professorin hat gute Augen, vielleicht weiß sie was. Sie liest gerade ein Buch vor Max Zimmer, wenn Sie sie fragen wollen. Mhm. Ich glaub, hier hab ich mir auch noch nicht so wirklich umgeschaut, oder? Wyatt? Ja, er war in Tsukavesa in seinen Gedanken vertieft. Verstehen Sie? Ich glaube das war in der Messe. Ja, also alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise zur Messe. Seien Sie gegrüßt. Ich will aber nochmal kurz hier beim Club Wiesenau vorbeischauen. Da ist noch zu wie es scheint. Fantina. Ich hab Wilde vielleicht kurz gesehen, Mister. Aber ich war sturzbetrunken, also kann ich nichts genaueres sagen. Noch Concept Art. So, ich kann es auch nochmal kurz zeigen. Die Hammerfaust. Bartons Leute sind in Ordnung. Besonders das in Jess und Harris. Ich hab da vielleicht was für Sie. Ah ja, guck mal. Paris. Ja, ich glaub mit dem müssen wir sowieso reden. Hey Paris, Jack. Haben Sie White gesehen? Ja, letzte Nacht. Ihm ging's nicht besonders gut. Scheiße, Paris. Oh, Ihre Musik klingt wie flüssiges Gold in meinen Ohren, Mann. Tropf, Tropf. Wo haben Sie so spielen gelernt? Musik heilte durch die Straßen von New Orleans. Wenn man begabt war, ging sie einem einfach ins Blut über. Aus dieser Begabung was zu machen, ohne falsche Töne zu spielen. Das erfordert Übung. Jahrelange Übung. Und unglaublich viel Disziplin. Ich hab die Klarinette in der Schule gelernt. In der Schule lernt man nur ein guter Sklave des Systems zu sein, Mann. Musikalisch und in anderer Hinsicht. Mann, nicht. Wow, Ihre Musik, Mann. Die ist kosmisch. Wie ein Ritt auf den Raumwinden. Sie spielt mit meinem Geist, verstehen Sie? Durch sie fühl' ich mich... Oh, fühl' ich mich etwas... Seltsam, ehrlich gesagt. Warum tun Sie sich das an, Junge? Was? Sie nehmen was ein, wenn keiner hinsieht. Das ist cool, Mann. Ich... Ich forsche, ich erweitere meinen Horizont. Mental, verstehen Sie? Das sollten Sie lieber lassen. Mann. Sie verstehen das nicht, Paris. Sie wissen doch gar nicht, was ich verstehe. Es geht ums Universum. Das ist wichtig. Es gibt Dinge, deren Sinn ich verstehen muss. Mein Sohn, im Universum ergibt nur eine Sache Sinn. Und zwar der süße Klang der Musik. Sie verstehen es nicht, Mann. Also... Sie sagen, er ging Richtung Schießanlage? Mhm. Der ist sicher auf einem Trip. Danke. Danke. Ja, wahrscheinlich. Okay, wir sollen zur Schießanlage gehen. Ähm, weiß noch nicht, ob wir das jetzt direkt machen. Da hat jemand draufgekotzt. Das ist jetzt nicht so schön. Ähm, ja. Ne, ich werd mal gucken, äh, wo ich die anderen Missionen hier noch kriege. Die anderen Nebenmissionen. Und würd' die ganz gerne vorher mal noch machen. Er ist in die Richtung abgedampft. Vielleicht kriegen wir da ja noch was raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit der Bahn. Dann bis dahin macht's gut und ciao, ciao.